So liebe Leute, ein herzliches Willkommen zurück aus Uncharted 4, der Kalle für euch am Mikrofon. Und ihr habt ein kleines bisschen was verpasst. Leider hat mein Aufnahmegerät irgendwie ein bisschen nicht so reagiert, wie ich es wollte. Und hat dann zwei, drei Folgen geschluckt. Dementsprechend erzähle ich euch ganz kurz, was passiert ist. Wir sind hier in dieses schöne Schloss oder Haus eingestiegen. Und haben uns dann gegen ein paar von den Boys hier durchsetzen müssen. Und können jetzt quasi weitermachen. Ich suche mir jetzt nur noch mal urtig eine ordentliche Knarre. Auch was taugt. Ihr seht, es waren einige. Was haben wir denn hier als andere Waffe? Ah, da haben wir nur sechs Schuss, das ist schlecht. Halt ich die hier? Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Jetzt hier durch die Tür nehme ich an. Okay, dann los. Bereit? Ui. Und los geht's. Und bringt meinen Schatz durch den Gang zum Schiff. Du und Avery haben sich bekämpft. Überrascht dich das echt? Wohl eher nicht. Bitte schön. Danke. Aha. Wieder ein Stück für unser Tagebuch. Finden wir diesen Gang. Gut. Ziemlich pompös dafür, dass es schon ein paar Jahre steht. Okay. Da ist eine Kiste. Können wir die aufmachen? Also wir suchen einen Gang, nehme ich an. Können wir mal hier hoch. Ah, da liegt was. Ein Schatz. Was ist hier? Leider nichts. Da glänzt doch was, oder? Ach, das sind die Zähne vom Bär. Die Krallen, okay. So, hier oben ist schon mal nix. Hier eine Ritterrüstung. Hier stehen die Dinger so komisch rum. Da geht doch garantiert was. Base? Nö. Da liegt was. Sam's Feuerzeug. Hat er es verloren? Ja, mit Absicht. Was auch immer wir suchen, das muss hier irgendwo sein. Hier muss noch ein anderer Ausgang sein. Vielleicht der Gang, den Avery im Brief erwähnt. Aber wo ist der Schalter? Die Dinger werden doch keinen genommen. Vielleicht ist das ein Schalter. Nein. Was ist hier mit? Ich frage mich. Nein. Können wir nix machen? Hier auch nicht. Da. Das könnte... Ist es nicht. Was ist hier? Hier muss es doch irgendwo einen Schalter geben. Gibt es doch nicht. Da. Proklamation? Tja, wer ist es nicht? Gibt es hier hinter der Treppe noch irgendwo was? Stimmt. Nichts von Interesse. Schade. Was ist denn mit dem Kamin? Ah, sag ich schon. Die Ritterrüstung. Nate. Ja. Was gefunden? Ich glaube schon. Aha. Sehr schön. Sehr schön. Im Briefstand, dass Avery seinen Schatz zum Schiff bringen lässt. Ja. Glaubst du der Schatz? Ich glaube... Ich glaube, das ist nicht mehr wichtig. Ja, kommst du nicht mit? Oder was ist... Lady. Jetzt aber tief runter. Dann mal los. Eingehakt. Averys Abstieg. Kapitel 19. So. Sieht wirklich nicht stabil aus. Da liegt was. Da. Frische Fußspuren. Sie müssen hier lang sein. Ganz schön viele Spuren. Machen wir lieber lang. Naja, natürlich. Jetzt geht die Taschenlampe noch raus. Mist. So. Okay, hier geht es schon mal nicht weiter. Alter, hier ist ja alles am Arsch. Boah. Was war das denn? Ich wette eine Dienstleute. Die verwenden Dynamit, wo sie nur können. Ziemlich wärmlich, das hier drin zu verwenden. Tja, die sind ziemlich dämlich. Auch nicht schon wieder. Oh oh. Hast du Ersatzbatterien? Ja, ja. Aber sie liegen auf dem Meeresgrund. Ich frag nicht. Besser so. So. Okay. Oh, warte. Eine Art Todesfall? Äh, ja. Aber Sam und die anderen haben es geschafft. Machen wir es ihnen nach. Na toll. Das ist doch wieder was, wo ich... Definitiv abkacke. Sag ich doch. Nein! ...einen Schritt gemacht und schon sind wir wieder gestorben. Herzlich willkommen zum... ...nördigsten, schlechtesten Let's Play hier auf YouTube, denke ich. Jetzt sieht man nicht hier drin. Okay. Erst dann werden wir den Fußboden schalten. Folgen. Wäre gar nicht so schlimm, wenn es nicht so knarren würde. Wir einfach nicht, wo keine Fußstapfen sind. Ich bin nur gerade beschäftigt, nicht in die Luft zu gehen und entspannt. Hätte ich auch gleich mal drauf kommen können, ne? Elena, schau. Die Spur ist hier zu Ende. Vermutlich ist der Gang unter Ihnen eingestürzt. Hey, lass uns das hier aus dem Weg räumen, okay? Ja. Genau, komm mal ran. Ja, das war's dann. Verdammt! Da kommen wir nicht durch. Oh nein, nur ein bisschen länger. Oh. Mist. Jetzt ist er leer. Verdammt! Toll. Hey, hast du noch Sams Feuerzeug? Ja, gute Idee. Ja, mach mal an. Komm schon. Schon, komm schon. Klar ist das Ding leer. Auf dem Scheißboot hat er wie ein Schlot gequallt. Ganz ruhig. Ich hab noch Sprechelzeuge. Wirklich? Na klar. Ja, mach mal an. Ich seh nix. Na bitte. Alter. Ich seh grad gar nix. Oh. Oh, sorry. Moment. Ja, bastel mal irgendwas. Hallo? Hier drüben. Ah, oh mein Gott. Ah, wir stolpern's. Ich glaub. Hier drüben. Ah, wir haben ne Fackel. Sehr gut. Danke, du warst gut vorbereitet. Irgendwer muss das sein. Komm, suchen wir einen Weg. Romantische Beleuchtung, was? Schon. Vielversprechend aus. Räuberleiter? Ja. Na komm. Okay, los geht's. Okay. Romantik mit Lagerfeuer und Fackeln. Ist doch herrlich. So, wo geht's denn jetzt hier lang? Alter. Alter. Welche richtig? Müssen wir hier runter? Ach, ich probier's. Dope, Mann. Ah, das sind lauter Hände. Ach so. Was ein Freak, ey. Na toll. Ja, die anderen sprengen wieder vor sich hin. Sieh mal. Avery hatte noch Galgen über. Übrig. Was? Man sagt übrig. Sicher? Ja. Tja, niemand mag Klugscheißer. Genau. Niemand mag Klugscheißer. Okay, hier geht's nicht weiter. Ah, dann vielleicht. Ist das etwa eine Umie? Äh. Wow. Ist du okay? Ja, ich glaube schon. Was war das? Eine Falle. Avery wollte wirklich nicht, dass jemand hier runterkommt. Okay, pass auf dich auf. Ich? Du bist doch darauf getreten. Gut. Pass auf mich auf. Alter. Bist du okay? So weit, so gut. Bleibe lieber ein Stückchen zurück. Ja. Aber hier gibt's doch keinen Auslöser, oder? Trau mich nicht. Okay. Boah. Alter. Ja. Ja, kein Wunder, dass der Gang überall eingestürzt ist. Ja. Hey, Nate. Hier ist eine Abkürzung. Ist das wirklich kürzer? Es müsste nur auf dem Lichtstisch sein. Oh. Okay. Na dann. Ja. Na dann. 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 Krasse Scheiße. Die Torsos aufgehängt. Okay. Die Harts, die hartnäht. Against me. Okay. Krasser Kacke, ey. Was war denn das für ein Freak? Oh, Rappen. Oh, und das... Oh Gott, ich renne auch noch voll rein. Okay. Okay. Ja, natürlich. Renn voll rein, Alter. Wow. Das haben wir ja gerade noch so überlebt. depois da. Wow. 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 Alter. Gut, wenn die Ohrstöpsel mitbringen sollen.